Hallihallöchen, meine lieben Freunde. Willkommen zurück bei Let's Play Stronghold Crusader Mission Nummer 50, der letzte Sieg. Wir gegen einmal die komplette Computer-KI natürlich verbündet. Wir haben hier eigentlich einen ganz guten Stand im Moment. Also es läuft einigermaßen gut. Einigermaßen, wie gesagt. Hier wird es gerade wieder ungemütlich. Ich habe zu wenig Stein. Komm! Nee, bitte. Die wirft doch die ganze Zeit. Die ganze Zeit mit Steinen, ne? Bereit, Seier! Die Bäume stehen in Flammen, Seier. Nicht gut. Wir werden überfallen. E-Triböcke. Das ist das, was mir gerade so ein bisschen das Genick bricht. Und bald schon werde ich eure jämmerliche Armee zertampeln. Ich komme einfach nicht in diese Richtung hier. Ich komme einfach nicht in diese Richtung hier. Ziel im Visier! Na jetzt doch. Ziel im Visier! Wir benötigen Steine. Jetzt einmal auf einmal doch. So ein Wig. Punkt, Punkt, Punkt. Ihr könnt auf uns zählen, dass wir mitverdüren. Ihr habt nicht genügend Güter. Wir haben nicht genügend Steine, mein Lord. Bogenschützen bereit! Andern bereit, Seier! Das muss ich hier auf der Zunge zergehen lassen, ey. Eine Nachricht vom Sultan. Ja, die Sterne blicken heimisch auf euch herab. Wirklich in den Graben? Ja, wirklich in den Graben, ihr dummen Hundeherr. Wir benötigen Steine. Der kommt hier voll dran. Der kommt hier voll dran. Und der kommt hier voll dran. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Gut, Montage. Ok Ich bin jetzt langsam im Arsch Ich bin jetzt langsam im Arsch Jetzt müssen wir ein bisschen Steuern erheben Ok, das funktioniert Nicht Die Belagerung möge beginnen Lasst niemanden am Leben Ähm Ich muss hier wirklich einen Tummel hinhaben Ja, will ich Ich bin total besorgt, warte Das funktioniert jetzt Ah, ich hätte gehofft, ich kriege hier noch ein Pechdings hin Ach Sie wollten das gerade nicht Ah, passt doch Passt doch So, sehr schön Sehr schön, sehr schön, speichern Das Geheimnis sind die Türme, Leute Das Geheimnis sind die Türme Das Geheimnis sind die Türme Ja Sicher ein schlechtes Armen für euch Ich werde euch Ich werde direkt noch einen Tower hinsetzen Und jetzt Und jetzt Ich werde hier angekrochen Warte mal Ich setze hier mal ein Tor aus hin Damit die Holzfälle da rauskommen Damit die Holzfälle da rauskommen Ich muss da noch einen Tunnel hinsetzen Der Wolf, der muss unter Kontrolle gebracht werden Äh Äh Pech Das Ding steht da immer noch Ich schließe das Kackding kaputt So Das ist in Ordnung Das ist in Ordnung Komm Gibt hier noch mal eine Getreidefarm hin Immer noch mehr Steine Eine Nachricht vom Kalifen Mein Sieg ist nahe In der Wüste wird Blut fließen Noch ehe der Tag zur Neige geht So Direkt noch einen hin Eure Gnade Und los Belagerungsgeräte bemann Bereit Eure Lochschau So Sechs Bogenschützenbereit Sind auf dem Weg Mangel bereit Sion Eine Nachricht der Ratten Wo seid ihr besorgt Was? Meine Truppen werden euch bald überwältigen Ziel im Visier So will man dann so mal kaputt gehen mehr Hier wieder alles verbessern Verstärken Verstärken Jaja du mich auch Ich bin jetzt noch mal ein bisschen auf Beliebtheit hier Und meine Einheiten stärker sind Ihr könnt das nicht dort platzieren Mein Lord Das Volk huldig euch Das ist 4 Das wüsste ich genau noch Ne Geht nicht Aber die Einheiten werden halt auch stärker Das ist mir halt auch wichtig Schild bereit Eure Lochschau Mangel bereit Sion Schild bereit Eure Lochschau Ich muss da unbedingt wieder die Fronten verstärken um Hier noch mal einlängen Jaja Eure Lochschau Und hier noch einlängen Habe ich da nicht gerade Mannbeschuss gehabt? Ne, dachte ich. Dachte ich für eine Sekunde. Länger wieder verstärken, ne? Ah, den Turm haben sie auch ordentlich erwischt. Würde ich mal sagen. Hier setze ich bald noch einen Turm hin. Ähm, Bierproduktion läuft, läuft, läuft Nahrungsmittelproduktion auch. Ähm, Mehl haben wir auch mehr als genug. Das heißt, ich kann hier sogar noch mal eine Bäckerei hinsetzen. Plus 6, geht ausschauen. Wahrscheinlich ist die, äh... Die Armee auch wieder ziemlich krass gecappt. Das höre ich denn nicht. Wir benötigen mehr Gold. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeit. Kommt man nicht drum rum. Mit den Schilden tatsächlich zu arbeiten. So, dann wisst ihr was? Jetzt habe ich natürlich hier kein Tor mehr. Nevermind. Das sieht man jetzt gerade auch nicht. Hauptsache, ich kriege hier noch einen... noch einen Mangel hin. zack, zack, zack. Und ein paar Holze, ne? Mangel bereit, Sion! Ziel im Visier! Okay, die fahren alle sehr schön. 52, 83, so viele Einheiten haben wir gar nicht, ne? Das darf man gar nicht so überschätzen. Ja! Unverschämt. Das Ding ballert tatsächlich da wieder rein. Naja, das ist gleich hinüber. Immer noch nicht. Wow! Meine Güte, das Ding überlebt aber, ist so hartnäckig, du! Ich hab das Gefühl, jeder Steinschlag davon trifft, ne? Also... Dafür werde ich mich wechseln! Mangel bereit, Sion! Eine Nachricht der Ratte! Womit habe ich das verdient? Ich, ich... Ich hätte euch verrichten sollen! Also es funktioniert auf jeden Fall besser, als wenn ich hier das Ganze hinsetzen würde. Das muss man ganz klar sagen. Ja, ich hatte gehofft, ich kann da vielleicht noch einen hinsetzen. Aber never mind. Na, Mehl kommt mir fast nicht hinterher, du. Was sagen denn die Steuern? Plus 8, plus 5. Also eigentlich kann ich noch mal einen runtergehen, ja. So, dann hab ich mir jetzt noch mal... Zack! Zwei, drei Armbrustschützen hier. Steht mal hier. Ich hab das Ganze jetzt noch mal repariert. Mal eine Triple Mauer. Zack! 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 Ja, ist ja schön. Das Ding kann weg. Dann mach ich das komplett mit Steinen zu. Und mach dann hier noch mal eine Treppe hoch. Zack! Zack! Dass man hier auch noch mal hochkommt. Oh, ja. Habt ihr gesehen. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten gemötigt sein. Ja, auf 60, ja. Es werden Rekruten. Es werden, es werden Waffen. Es werden, es werden Waffen gemötigt sein. Bogenschützen bereit. Sind auf dem Weg. Ja. Mist, Kerl, schießen die ganze Zeit. Auf das Schilf. Bastarde, ja. Euer Gnaden. Gebt uns eine Aufgabe. Konstruieren der Lagerungsgeräte. Einmal hin das. Komm. Ich setze hier nochmal ein Schild hin. Und die hier. Komm, ja. Angefunden los. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Liebe Leute, damit kann ich an dieser Stelle den Part beenden. Wir hören uns bei der nächsten Folge dann wieder. Ich denke, wir haben uns soweit erstmal, ja, einigermaßen gesichert. Wir müssen nochmal sehen, wie wir beim nächsten Part weitermachen. Und wen wir dann als nächstes angreifen werden, wie dem auch sei. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Ciao.